Ja, und damit wieder ganz herzlich willkommen hier in Grounded. Und ihr seht, wir haben uns heute mal den NiceFabber noch ausgeliehen zur Unterstützung. Und werden heute den Ausflug in Richtung Bienenkorb machen. Das wollten wir schon länger. Was ist denn ein Bienenkorb? Ne, halt nicht Bienenkorb, wie heißt es denn? Warfe. Stock. Bienenstock. Ja, wie komme ich auf Bienenkorb? Keine Ahnung. Ja, und den abgebrochenen Eichenast wollten wir auch noch gleich mitnehmen, muss ich sagen. Fly High, sag mal an. Wo wir am besten hingehen. Einfach. Vom Eichenast. Rechenanhöhe. So. Zum Bienenstopp. Ich folge euch mal ganz unauffällig. Ja. So, ich habe glaube ich das Zeug für die Marke mehr oder weniger schon dabei. Ja, muss ich noch ein Kleeblatt holen oder so. Naja, ich habe schon eins. Naja, okay. Oh ja, da kommen die Ameisen wieder. Er tötet einfach die Ameisen. Sorry. Wo sind wir denn? Da vorne müssen wir irgendwo langen. Zu dem riesigen Ast, der da abgebrochen im Baumstamm liegt. Ach, nicht schon wieder so eine Schmade. Nein, es war aber einfach. Ignorier sie einfach. Lauf einfach weiter. Einfach ignorieren. Einfach davon spenden. Naja, ich habe gesagt, du willst sie angreifen. Ich wollte mich erschützen. Nene, die sind immer nur brutal nervig, die Viecher. So, dann nehmen wir mal die Krähenfeder doch gleich mit. Ich kann halt nicht durchgehen rennen, weil meine Ausdauer sagt, weil ich irgendwann schaue. Ja, ansonsten kann ich es auch kurz killen, das Vieh, aber... Nö, nö, das ist auch, als es noch immer noch mehr hin will. Wusste ich nicht. Darum ging es eigentlich gar nicht mal. Ah, die sind tendenziell nervig, die Dinger. Wie die Moskitos, die kommen immer ungefragt. Moskitos kommen immer ungefragt, auch im Sommer. Wer will denn jetzt schon wieder was hier? Verdammt. Hier müssen wir auf jeden Fall hoch. Ach, eine Milbe. Eine Milbe macht auf Agro. Ich glaube, die Richtung hier macht mehr Sinn. Ja. Von hier kommen wir mal hoch. Also ihr müsst hier auf... Ne, 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 ihr müsst hier auf dieses Blatt, äh, auf dieses Grashalm wandern. Oh, ich werde hier nebenher noch von Milben angegriffen. Sehr irritierend. Welchen Grashalm meinst du? Kann nur einer sein. Verkackst du hier gar dann da und. Hey, Jungs. Ja, ich wünsche mir erstmal... Das mit dem, mit dem Treffen ist nicht so einfach, ja. Ich fliege halt weg. Nein. Tag. Ich bin ohne gut. Ich hab's geschafft. Ich hab's jetzt einmal geschafft. Gibt's doch gar nicht. Hier. Ach, ich hab's jetzt mal als Magdi. Meine Fresse. Jetzt springt er nicht, okay. Magst du, ich glaub er nicht. Äh, wann? Das... Doch gar nicht. Dass ich jetzt hier, dass das blöde Ding nicht hochkomme. Jetzt, Zettel. Endlich geschafft. Alles einsammeln, nice fiber. Dein Inventar ist leer. So, und auf irgendeinem Ast... Ich glaub hier oben... ... kann man die Markierung setzen. Ah, ich seh schon die Bienchen. Genau, was machen wir hier oben? Ähm, für einen Punkt hin. Das ist ehrlich gesagt, eine schöne Aussicht. Schöner Garten haben die da. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ja, und jetzt müssen wir da zu dem Stein, wo der Rechen drauf liegt. Ähm. Maxi und ich, würde ich sagen, YOLO, nice fiber... ... hat halt... ... muss halt laufen. Nee, wir können dich auch wiederbeleben am Boden. Warte mal, liegt hier... Nö, brauch ich den nicht. Ich bin voll geskillt runter. Warum ist denn hier kein Hotdog oder nichts? Normalerweise müsste hier... ... ist ein Apfel oder ein Hotdog oder irgendwas, wo man abernten kann. Ah, die Seele. Ja, benutze... ... ich benutze die vollste, um die platz zu machen. Hm, macht eigentlich fast Sinn, ja. Weil da gibt es auch eine Mutation, wenn du so und so viele Gegner mit deiner Faust tötest. Wie, was ist das denn für dich? Das ist ein viel Riesenkäfer. Greifst du jetzt auch ran? Ja, der macht ziemlich Aua. Der da? Ach so, der da oben, ja genau, das ist der. Oh, Leute. Oh, das ist eine Federflasche? Ja, eine Federflasche. Ja, eine Federflasche. Und eine Müllbedienung... ... musst du kaputt machen mit deiner Axt. Und dann musst du gucken, wo das hinfällt und aufsammeln. Aber ich hab davon schon eins. Halt, nehm ich das mal. Dann verprügeln wir mal. Wahrscheinlich wird da oben noch ein Käfer sein, oder? Wie, ja, da ist unten nochmal... Ja, da ist da oben. Ja, wir brauchen die Sachen für den... Hast du die Sachen? Ja, ja, hab ich, hab ich dabei. Okay, dann lass uns hier... Ach ja, jetzt kommt der hier, Achtung. Ja, lass uns hier... ... wenn man's geschafft macht. Ja. Jetzt komm, ob ich ja in das Ding... Ja, nee, wir laufen an der Seite vorbei. Dann würd ich sagen... Stelle mal ein Zelt auf. Mach uns dann gleich wieder hell, wenn wir da sind, wo wir hinwollen. Achtung, da ist ein Selbstmörder. So, bringt dich selber um. Viel brauchte man... Ja, aber sein Auge leuchtet immer so, so komisch. Ja. So, schwingt mal kurz mit mir hier. Ich glaube, ich lauf gerade wieder in die falsche Richtung. Ja, bist du. Ja. Äh, lass uns mal noch schnell das Ding hier. Wir brauchen noch sechs Schatzstänge. So, nimmt mal jeder... Also, ich hab drei. Wir brauchen sechs. Passt. Wir können auch mehr mitnehmen. Na, aber... Aber letztendlich... Ja, Heldl, bleibt seine Lage gleich. Macht den Hulk. Müssen wir jetzt schauen. Müssen wir nicht so ein bisschen weiter nach links? Ja, aber da ist so... Vergas das Gebiet. Also, wir sind jetzt, glaube ich, ziemlich gut unterwegs. Ja, da rechts sind die Schaben. Gegen die haben wir aber auch noch nicht gekämpft, ne? Geben die irgendwas Tolles? Was? Doch. Wohin? Oder? Echt? Den einen oder anderen haben wir doch schon platt gemacht. Ja, die... Um die Gasmaske. Ah, stimmt. Müssen wir die ganz am Anfang mal platt machen. Oh, der Wolfgang bewegt sich. Oh, oh, bewegt sich. Oh, oh, Achtung. Schnell hier hoch. Wolfgang, aus. Aus. I. Oh, oh. Keine Ausdauer. Ja, schaut euch das mal an, wie viele Binnen da hinten rumschwirren. Haha. Krass. Nögend. Wieso so ein kleines... Was hat sich hier mit dem Under Construction auf sich? Ja, weil das hier halt noch, das kommt halt noch, hier wird ja noch Zeug integriert ins Spiel. Achso. Das ist einfach noch eine Spielmarkierung. Ja, ja. Und dann wollen wir jetzt... Na ja, sehr gut. Wo ist Wolfgang jetzt? Hm, weg. Er ist da hinten irgendwo. Also folgt uns aber auch nicht. Wir können schon mal anfangen, Gras zu hacken. Dass man spielgleich wieder völlig wegpackt, wenn hier die ganzen Grasplanken übereinander liegen. Ja, dann musst du sie gleich, äh... Ich hab's halt kein Drogenes... Ist hier irgendwo, ähm... Sprösslinge bräuchten wir noch. Ich hab nicht genug. Findet dort keiner. Wie viele braucht man denn? Äh, weiß nicht. 20 Stück. Ja, dann geh ich gleich noch welche rum. Aber meistens sind sie sehr interessiert. Was wir da machen. Oha, was machst du da? Ja, jetzt gehen wir halt die Dings aus. Ähm, achso. Also halt, ich hätte noch keine... Das kann ich auch. Dann machst du schon mal. Ich bin der Schwarzlinge. Ja, hack ihr weiter Holz. Jetzt nehmen sie halt auch mit die Grasplatten. Der will sie nicht mitnehmen. Hä? 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 ist das insektenachs war ich eine insektenachse gefunden die hat wahrscheinlich irgendwer wieder weggeworfen wie top ich die ja die grasplatten hatte kannst du übers menü fallen lassen ja ich habe sie jetzt auch weg war scheiße wo ist sie hin das hat gerade bei mir voll umgepackt dass ich die dass ich die grasplanken nicht wegwerfen konnte so insektenachse wieder ausgerutscht und ich wundere mich warum mein spiel rumpack weißt ich habe keine ahnung ich habe auch keine auch keine sprosslinge solche und noch gleich ein zelt hast du hunger night mode das ist night mode jetzt ist nacht und wolfie wolfgang ist unterwegs mal wieder ich suche mal nach wolfgang hast ihn doch in ruhe ja dem willst du nicht begegnen er ist one hit also du bist so ich habe jetzt sieben sprössling wie spiel ich gegen den one hit weil er dich halt wegschottet so ich komme jetzt wieder die spiel greifen also erstmal nicht an nee solange du sie nicht angreifst greifen sie einen nicht an ich komme zurück wir müssen auch noch wir sind ja eigentlich hier um bienen zu töten alle wie soll der bienen töten weil wir ihren stachel brauchen man stoppt jetzt oh oh nein nein scheiße moment bevor du weitermachst ja ich hätte es auch gerade nach dem trampolin gesucht aber dann auch die biene hat aggro auf uns achtung die hat sich gerade wirklich weggeflaschen oh ja die ist auch aggro oh shit oh shit die sind richtig aggro ja da oben sind noch mal drei stück aber dann die aggro wenn man zu nahe in den dünken kommt oder ich habe gerade ein dünke gesprungen und die war unter mir und er hat auf die er hat beim klärm wieder in die gläufe wie ist das denn hier in die aggro auf uns ich weiß nicht wenn man ihnen dann doch zu nahe kommt jetzt haben wir einen bienenstachel da hinten ist auch noch eine die hängt da im grashand oh die laden gerade alle bei uns ja die wollen jetzt kurz schlafen wir lassen die aber nicht schlafen hier ist eine richtige bienenmörder hier ich glaube bald ruft uns peter an der hacke der heilweg gesnackt wer ist peter peter kennst du doch peter ach so der peter ah der ist leider so gucken wir mal ob wir noch eine runde weiter bauen können oder die packte richtig an stachel aus was bringt euch eigentlich in der bienenpelz daraus kann man könnte man die bienenristung craften und ich glaube noch andere sachen ich bin fast gestorben gerade eben ich hoffe dass es reicht das ist ausgeschaut nein es reicht mir nicht auf 1 höher ja ohne moment ich darf ein schaden oder zupfte die grasplatte mit uns ja du hast du hast direkt neben mir da konnte ich jetzt nicht bist du noch da erholt dich ok geh dahinten soll ich die biene dahinten auch noch kurz nee lass mal liebe leute das nennt nur die form also ich hätte ich hätte 3 bienenstachel gerade ja irgendwer muss halt noch grasplatten mit hoch bringen ja alter seid ihr bescheuert grasplatten das wird mit dem tod bestraft ganz klare sache ja eindeutig so darf ich jetzt auch umhören ich hab zumindest mal grasplatten ja dann baut sie da mal rein boah ist jetzt die treppe fertig aber das ding drunter noch nicht oh no hab mich jetzt auch einer runtergeschmissen von euch gerade brauchen wir nochmal grasplatten ja ey wieso bestär mich ja weil du keine energie mehr hast läuft deine leiche da jetzt was gleiche ist halt mach auch mal das noch fertig schnell das ist jetzt schon richtig gut gewesen die leiche hüpft da so drauf rum oh oh da shit 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 oh man ja nicht ah Wolfgang oh shit ich geh mal hier hoch hier oben bin ich glaub halbwegs sicher wir kommen mal jetzt Platz er hat mich schon angehittet gerade eben boah shit mich auch Alter der ist richtig schnell auch ich hab kein Leben mehr Moment ich muss mir erstmal kurz Faser verbannt und movie der kam ja aus dem Nichts gerade eben ja komm die war grad in den Tränen jawohl kann mich jemand er kann mich jemand wieder beleben wo bist du ja ich hab den vorhin da schon mal irgendwo in der Nähe rumlaufen ja mich hat er mich hat er völlig über überrascht grad eben man hat's gehört ist ja schön wenn du das Viech auseinander nimmst deswegen bin ich grad eben erstmal panisch auf den Turm hoch geflüchtet ich hab hier drei Platten mitgenommen magst du ja auch erstmal ein Auto ich erklär mir so ich hatte aber auch kein kein Leben mehr der hat mich nämlich auch vergiftet also ich hab dann als ich oben angekommen bin auf dem Turm hatte ich kein Leben mehr boah hier liegen sie jetzt der traut mir echt viel das mit Grasplatten beworfen oder das mit Grasplatten beworfen oder das mit Grasplatten beworfen oder oh Gott oh Gott sie hat mich Hallo wie viel sind es jetzt oh Gott Flucht 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 oah die Flucht die Flucht der Flucht Die ist vernetzend. Runter, runter, runter. Flucht, flucht. Präsenz. Ja, wir folgen uns. Nein! Oh mein Gott. Wo seid ihr hin? Ah, da bist du. Okay. Oh, muss ich mal wieder auf dem Trampolin. Ich sehe absolut, jetzt sehe ich das. Der hier schläft. Ja, lass es mal. Da hat noch jemand einen Sprössling zufällig. Nee, oder? Nee, aber NiceFaber hat sie angekramt. Dann müssen wir uns ja kurz killen. Aua. Hat grad jemand von euch nicht geschlagen? Ja, vermutlich. Holst du ihn noch? Ja, scheiße. Was brauchen wir denn? Sprössling und Klee. Nee, bleib hier. Hier ist nix. Hier ist nix. Wie viele Holzstämme haben wir jetzt hier noch? Wir haben zu wenig mitgenommen. Wir bräuchten sechs. Da ist auch noch einer. Ja, da ist auch noch einer. Ja, pass auf. Wir gehen noch mal nach oben. Was fällt da oben? Ja, einen schnelleren Rückweg bauen. Ich hoffe, die haben jetzt kein Acro mehr auf uns. Nee. Ähm, wenns gut läuft. Nein. Ich hab die Spalte getroffen. Ähm, naja, scheiße. Ich hab so viel Seite eh nicht dabei. Was ist jetzt los? Okay, wir müssen zurücklaufen. Was passiert hier gerade? Was? Irgendwas ist ganz, ganz komisch gerade. Leute, ich hab noch 18 Sekunden. Ich klicke unter dem Boden. Ja, ich seh nichts mehr gerade. Das Ding ist halt einfach. Ich bin drüber gesprungen. Und hab dieses kleine Spalte erwischt, wie ich dann runtergerutsch bin. Alles gut. Du brauchst nicht mehr nach oben. Ich geh auch nicht mehr nach oben. Ich seh die Innenseite von meinem Gesicht. Wecker. Cool. Äh, ja. Sehr, sehr cool auf jeden Fall. Sag mir jetzt, ich hab nichts mehr zu essen dabei. Warte mal irgendwie, wie hab ich denn die Sicht geändert nochmal? Ich hab mal Hunger. Ich brauch was zu essen. Ey, gibt's doch nicht hier. Ist voll verpackt gerade. Nice, Fiber, gib mir mal Essen. Ich hab noch... Ja, ich hab noch was. Ah, mit U kannst du Sicht verändern. Ja, hier. Jetzt ist es. Boah, fast nicht. So, ja, ich muss erstmal wieder ein bisschen. Fünf. Der frisst das halt selber. Ja, aber dann drops halt und ist es nicht. Du Idiot. Drops halt und ist es nicht. Erstmal aus Wut die Axt weggeschmissen. Ja, du hast auch nichts dabei. Was? Essen? Wie dropp ich das? Weiß sag ich nicht. Ich frag den, der mit Tastatur spielt. Ah, ja. Sicher. Sicher hab ich Essen. Hier, pass auf. Zack. Mit Z droppst du. Einmal löse doch Fleisch für dich. Ja, das reicht schon. Brauchst du sonst nassfahrt? Brauchst du auch was? Ja, dann würde ich sagen, die Folge ist eh schon lang genug, glaube ich. Ja, auf jeden Fall. Kommen wir hier zum Ende. Vielen Dank. Nachdem ich jetzt alleine gestorben bin als Anfänger. Vielen Dank fürs Reinschauen. Morgen kommt dann beim Fly High wieder. Ja, bis dann. Machs gut. Tschüss. Tschüss. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Ciao, ciao, ciao.